Sieben gute Gründe, BASA Online zu studieren. Sie arbeiten bereits in einem Bereich der sozialen Arbeit, aber es fehlt Ihnen noch ein Hochschulabschluss? Damit Ihrem beruflichen Aufstieg nichts mehr im Wege steht, können Sie an einer unserer staatlichen Hochschulen mit dem Studium BASA Online einen Bachelorabschluss in sozialer Arbeit mit staatlicher Anerkennung erlangen. In BASA Online gehen Studium und Beruf Hand in Hand. Während Ihres gesamten Studiums erhalten Sie praxisnahe Aufgabenstellungen und Prüfungsleistungen. In einigen Modulen haben Sie zudem die Möglichkeit, Fragestellungen aus Ihrer eigenen Berufspraxis theoriegeleitet zu bearbeiten, sowie konkrete Praxisprojekte umzusetzen. Der Vorteil eines berufsbegleitenden Studiums, das erlernte Wissen kann so bereits direkt angewendet werden. Um das Studium, den Berufsalltag, die Familie und Ihre Freizeit gut unter einen Hut zu bekommen, findet das Studium größtenteils auf einer Online-Lernplattform im Selbststudium statt. Sie bestimmen also selbst, wann und wo Sie studieren. Die Mischung macht's. Darum setzen wir in BASA Online auf eine Kombination aus Online- und Präsenzmodulen. Während Sie die Online-Module nacheinander absolvieren, finden die Präsenzmodule ganztägig an zusammenhängenden Tagen, in der Regel einmal im Monat, an der Hochschule statt. Dort treffen Sie auf Ihre Mitstudierenden und Lehrenden und üben insbesondere methodische Kompetenzen ein. Ein intensiver Austausch ist jedoch nicht allein den Präsenzzeiten vorbehalten. Durch den Einsatz von innovativen Lehr-Lern-Konzepten stehen Sie auch online in stetiger Interaktion mit Lehrenden und Mitstudierenden, zum Beispiel in Foren oder im Live-Classroom. Bauen Sie mit dem Studium zugleich Ihre Medienkompetenzen aus, ganz im Zeichen des Digitalisierungstrends. Auch online begleiten wir Ihre Lernprozesse, zum Beispiel durch zeitnahe und ausführliche Rückmeldungen zu Ihren erbrachten Teilaufgaben und Prüfungsleistungen. Denn die engmaschige Feedback-Kultur ist ein besonderes Qualitätsmerkmal von BASA Online. Nicht zuletzt bietet Ihnen das Studium die Möglichkeit, ein breit gefächertes und umfangreiches Wissen zu den Grundlagen der sozialen Arbeit zu erwerben. Vertiefen Sie darüber hinaus spezifische Kenntnisse in einem Schwerpunktbereich Ihrer Wahl. Sieben Gründe und mehr sprechen für das berufsbegleitende Studium BASA Online. Bewerben Sie sich jetzt an einer unserer Hochschulen.